Guten Morgen, ihr Lieben, wir müssen mal über was reden, also ich will über was reden, nämlich über spirituellen Missbrauch. Das klingt jetzt richtig hart und ich habe mir auch überlegt, nenne ich das so? Und ja, ich nenne es so. Und zwar, ich habe es in meiner langjährigen Karriere, auf meinem langjährigen Weg durch die Lichtarbeiter-Szene mit wirklich tausenden von Seminaren immer und immer und immer wieder erlebt, dass Menschen glauben, wenn wir nur lichtvoll genug sind, haben wir bestimmte Gefühle nicht mehr und vor allem es wäre unsere Aufgabe, hier unten als Menschen auf der Erde unsere Gefühle zu überwinden, zu transformieren, ja einfach nicht mehr zu haben, insbesondere nicht die Gefühle unseres inneren Kindes, das meistens dann gar nicht so benannt wird, sondern man nennt es dann Ego. Das ist eine böse Falle. Ich benutze niemals das Wort Ego, weil man damit erstmal definieren muss, was ist denn überhaupt das Ego und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wirklich immer, wenn man genauer hinschaut, sind es die unerfüllten und dann verzerrten Bedürfnisse des inneren Kindes. Wenn wir also als Lichtarbeiter oder als lichtvolle Wesen oder als was auch immer unser Ego transzendieren, in dem Sinne, dass wir unsere unerfüllten emotionalen Bedürfnisse irgendwie versuchen wegzumachen, dann sind wir vollkommen auf dem Holzweg und ich sage euch Leute, da sterben Menschen dran. Ich habe es bei einigen erlebt, dass sie wirklich richtig krank wurden, weil sie diesen Aspekt aus Traumagründen nicht sehen wollten, konnten. Es ist jetzt nicht dieses, naja, wenn man seinen Weg eben nicht geht, ja dann bekommt man halt eine Krankheit, was ich übrigens zum Kotzen finde, ja, denn woher wissen wir, dass die Krankheit nicht auch ein Teil des Weges ist, ja, auch eine Krankheit hat für die Seele Lernerfahrungen, da macht man auch Erfahrungen mit, zum Beispiel irgendwann dann auch die vollkommene Machtlosigkeit gegenüber dem Körper. Wo ich aber hinwollte ist, nur weil wir Lichtarbeiter sind, heißt es nicht, dass wir nicht massiv traumatisiert sein können. Und nur weil wir Lichtarbeiter sind oder mit dem Licht irgendwie, ist ja wurscht, wie du dich nennst, ja, nur weil du lichtvoll spirituell bist, heißt es nicht, dass du nicht auch ganz dunkle, tiefe, unendlich schmerzhafte emotionale Anteile hast. Und, und das ist wirklich wichtig, die lassen sich nicht durch eine spirituelle Arbeit vollumfänglich befrieden und heilen. Ich habe lange Zeit diesen Satz nicht gesagt, sondern eben gesagt, ja, meine Aufgabe ist halt eben die innere Kindarbeit, deshalb kann ich nicht mit Licht, Zauber, Emotionen heilen. Ich sage es ja wirklich mal genauso despektierlich, wenn du dich angegriffen fühlst, dann meine ich dich nicht. Ich will dich auf keinen Fall angreifen, ich erkläre es gleich. Wenn wir, ich habe es eigentlich nie so richtig laut und deutlich gesagt, sondern immer nur, ich fühle das so. Und ja, das stimmt natürlich auch, ich fühle das so. Es gibt aber eine Traumaforschung und in der Traumaforschung gibt es den Begriff des spirituellen Bypasses. Und es bedeutet, dass ich direkt ohne Umschweife über die Gefühle, über das limbische System, mich sofort versuche, nach oben, ja, rauszuziehen, mir Licht von oben zu holen und das dann in die Bereiche zu schicken, in denen es emotional wehtut. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Warum nicht? Beispiel, Beispiel, weil du eine Pflanze nicht mit Öl gießen kannst, zum Beispiel, weil ein Motor nicht mit Wasser läuft, jedenfalls kein Verbrennungsmotor, weil das von der Konsistenz her, von der Information her nicht das ist, was wir wirklich brauchen. Was brauchen wir, wenn wir emotional verletzt und traumatisiert sind? Was brauchen wir? Mit Gefühl, mit Gefühl und nicht noch mehr Licht. Im Gegenteil, dieses ganze Lichtgedöns, wenn es um emotionale Themen geht, führt nur dazu, dass wir uns dann auch noch schämen, wenn wir nicht fühlen dürfen, was wir fühlen. Deshalb die innere Kindarbeit. Es ist keine Werbung für die innere Kindarbeit, meine Güte, ja, sondern das ist eine Notwendigkeit. Also das Benennen dessen, was dich verletzt, das Fühlen dessen, was dich verletzt und dann das Entwickeln des Mitgefühls, der emotionalen Selbstversorgung, das ist das, worum es hier auf der Erde geht. Es geht nicht darum, dass du dich so weit nach oben beamst oder ganz, ganz von oben wundervolle Lichtfrequenzen holst und die dann, ich sehe das gerade als Bild, das innere Kind hat Hunger und du gibst ihm Zuckerwatte. Und die dann nach unten gibst in der Hoffnung, dann heilen deine Emotionen. Die brauchen eine andere Antwort. Ich habe es in der Szene wirklich sehr, sehr oft erlebt, dass Menschen glauben, wenn wir nur genügend meditieren, transzendieren, lichtvolle Räume in uns öffnen, bräuchten wir uns nicht, um unsere Gefühle zu kümmern, beziehungsweise das wäre das Kümmern um unsere Gefühle. Das mag sogar sein. Gehen wir einfach mal davon aus, das stimmt. Und das entbindet uns aber nicht der Verantwortung, uns in Mitgefühl uns selbst gegenüber zu üben. Mir ist das Thema unfassbar wichtig. Und du merkst, da ist auch von mir eine emotionale Spannung drin, weil ich das Gefühl habe, wir verraten uns selbst, wir verraten den Menschen, der wir sind, wir verraten unsere inneren Kinder, wir verraten uns selbst als das emotionale Wesen, das wir sind, wenn wir uns auf die Lichtschiene verweisen. Das ist so, als ob jemand vor dir steht mit einer Schüssel oder sogar mit, umarm mich mal bitte, umarm mich doch mal, halt mich doch mal und du sagst, da geh mal da hinten hin, der ist der Meditationsraum. Der Meditationsraum ist unermesslich kostbar, unendlich wichtig, damit wir die Anteile in uns stärken, die sich dann um die emotionalen Verletzungen kümmern können. Lichtarbeit, Engelarbeit dient den Anteilen in uns, die wir brauchen, damit wir in der Lage sind, uns um die emotionalen Themen zu kümmern. Und dann wird's rund. Ich möchte mal wieder, wie üblich, das Medizinrad bitte bedienen. Hier ist deine Mitte, Wasser, Gefühle, Feuer, Tatkraft, Yang, Luft, der gesunde Menschenverstand, deine Visionen, deine klare Kommunikation, Erde, die innere Frau, dein Körper, das Energiehalten, deine Ressourcen, das, was nährt. Hier unten ist das, was fühlt. Hier in der Mitte ist die Verbindung zu allen multidimensionalen Aspekten, die du bist. Wir sind hier auf der Erde, um in all diesen Bereichen jeweils bestimmte Kräfte zu entwickeln. Im Feuer entwickeln wir die Tatkraft, den Mut, die Dinge zu ändern, die wir ändern können, das Rausgehen, das wir zeigen uns, wir befruchten die Welt mit uns selbst. Das ist das Feuer. Das Yang. Wir gehen in die Welt und stehen da und zeigen uns, auch sanft, zeigen uns, was ich jetzt hier, was du gerade siehst von mir ist Yang. Feuer. Ich mach grad was. Ich mach grad dieses Video. Du siehst mich, ich werd's veröffentlichen, ich werd sichtbar, ich mach was. Demgegenüber die Erde, der Körper, die Ressourcen, das Energiehalten, das ist das, wenn wir sagen, die Aufmerksamkeit, also die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Was hütest du? Was nährst du? Wovon lässt du dich befruchten? Nimmst es in dich auf? Hütest es in dir? Die Luft. Deine Visionen, deine Kommunikation, die klaren Ansagen. Das, was ich hier gerade tue, ist natürlich Feuer, ich hab's grad schon gesagt, und es ist Luft. Ich nutze meine Kommunikation, um etwas zu sagen, was mir am Herzen liegt, das wäre dann Mitte, und ich hab auch eine emotionale Ladung drauf, das ist dann hier unten. Hier oben in der Luft bist du im inneren Erwachsenen, in der präfrontalen Kortex, ich möchte jetzt mal nicht so eins zu eins, das würde ich jetzt so nennen, in den Bereichen in deinem Gehirn, in denen du assoziieren kannst, in denen du unterscheiden kannst, was bist denn du, was bin denn ich, und in dem ich dir ganz klar sagen kann, was ich mir wünsche, zum Beispiel von einer Beziehung oder von einer Arbeitsbeziehung, oder auch von dir als Zuhörer. Was ich mir zum Beispiel von dir wünsche, worauf ich bestehe, das ist Luft, ist, dass du in den Kommentaren höflich bleibst, schlicht und ergreifend. Einfach nur höflich. Du musst nicht irgendwie, ich will gar nichts außer Höflichkeit, sonst fliegst du raus. Das ist Luft, diese klare Kommunikation. Wasser hier unten ist dieser amorphe, emotionale Bereich des Fließen. Im Körper steht das Wasser für die Lymphe, für das Blut, für alle deine Körpersäfte, aber im Menschenkreis, also da, wo es darum geht, welche Aspekte sind es denn, ist das Wasser deine emotionale Kraft, aber auch die emotionalen Trübungen, die Verletzungen, die Verwirbelungen. Wir können mit Lichtkraft, ja und was wir hier unten entwickeln, genau, was habe ich gesagt, entwickeln, Verzeihung bitte, ja, hier wie gesagt, den Mut, die Dinge zu tun, die wir zu tun haben, hier zu unterscheiden, was will ich nähren, was will ich nicht nähren, ja, hier oben in der Luft klare Kommunikation, also auch ganz klar die Unterscheidung zwischen, was sind meine Gedanken, die ich nach draußen bringe, was gehört eben an Gedanken nicht zu mir und hier unten im Wasser lernen wir Mitgefühl, emotionale Selbstfürsorge. Selbstliebe lernen wir hier unten, den Ausdruck der Liebe zu uns selbst. Hier unten lernen wir in Beziehung mit uns selbst zu gehen, mitfühlend, liebend. Und das sind die Aufgaben des Wassers. Und die Aufgaben des Wassers kannst du nicht ersetzen durch die Lichtarbeit in der Mitte. Du kannst dir hier die Kraft holen, damit all das geheilt wird. Aber die Entwicklung der verschiedenen menschlichen Aspekte findet in den Elementen statt. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Die Antwort aber, die ich euch eigentlich geben wollte, ich habe nur die Frage falsch gestellt. Wir bräuchten ja diesen ganzen Quatsch überhaupt nicht, wenn es nicht genau darum ginge, das auch zu entwickeln. Nochmal, ich möchte es wirklich ausdrücklich sagen, wenn du es anders siehst, lasse ich es bei dir. Für mich stimmt es einfach nicht. Für mich stimmt es nicht. Du kannst nicht die Schmerzen des inneren Kindes, du merkst schon, du kannst nicht die Emotionen des inneren Kindes, die Verlassenheitsgefühle, die zutiefst menschlichen Gefühle von Angst, von Wut, von Verlassenheit, von Traurigkeit, von Schmerz durch Lichtarbeit heilen. Punkt. Ende der Ansage. Im übertragenen Sinne schon. Indem wir nämlich die Anteile in uns, die diese emotionale Fürsorge übernehmen sollten, klären, heilen, reinigen. Aber wir kommen nicht drum rum, das Licht zu benutzen, um die Erde hier unten wirklich zu heilen. Und irgendwann, Leute, ich kann es einfach nicht verhindern. Irgendwann müssen wir uns fühlen. Wir kommen nicht drum rum. Du musst dich irgendwann fühlen. Und ja, ich sage, du musst, wenn du deinen Weg gehen willst. Warum? Weil du sonst nicht vollständig bist. Es geht nicht drum, hier irgendwo schlenker zu machen, irgendwas zu vermeiden, sondern es geht darum, hier volle Granate mitten reinzugehen und zu sagen, okay, das ist, was ich fühle. Ihr merkt, da ist deshalb so viel emotionale Ladung drauf, weil mich das wirklich in Schwierigkeiten bringt. Wenn ich sehe, dass Menschen sagen, ja, da warst du einfach noch nicht lichtvoll genug. Da musst du deine Engel rufen. Das nutzt dem inneren Kind nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig mir das innere Kind ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und ich werde wahnsinnig, wenn ich sehe, dass jemand sein inneres Kind im Stich lässt. Das liegt da und schreit und du sprichst ein Gebet. So ist es dann. Da liegt das Kind und schreit und dem ist kalt und es sehnt sich zutiefst nach einer Umarmung und du betest oder meditierst. Wow. Das macht was mit mir. Deshalb ist mir diese innere Kindarbeit so, also ich kann überhaupt nicht sagen, wie wichtig die mir ist. Ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen, wie wichtig mir das ist, dir zu sagen, bitte kümmere dich um deine emotionalen Traumen, aber nicht durch Meditieren und nicht durch Beten, sondern durch angewandte, bewusste, emotionale Selbstfürsorge. Wie du das lernst, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber lasst eure inneren Kinder nicht im Stich, indem ihr Engel ruft. Innere Kinder brauchen keine Engel, sondern dich als Mensch. Und das widerspricht nicht dem, dass du ein Engelwesen bist, Engelanteile hast. Aber du bist auch ein Mensch. Und als Mensch hast du Arme, du hast eine Stimme, du hast ein Herz, du hast ein Körper, du hast Mitgefühl und unser inneres Kind braucht es zutiefst und ausschließlich, dass ich hingehe und sage, Schatz, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, ich bin jetzt da. Ich, der Mensch, der ich bin. Ich, ich, ich. Schalt, physisch, emotional, konkret. Spiritueller Bypass. Die Weigerung, sich zu fühlen, Spiritualität als Flucht zu benutzen. Und das spürst du. Es ist dann so seltsam säuselig, so seltsam vermeidend. Du hast dann das Gefühl, jemand ist auf einer bestimmten Ebene nicht greifbar und entzieht sich so merkwürdig. Und das, ihr Lieben, ist das Trauma. Ich glaube, ich werde mal einen inneren Kindkurs machen, speziell für spirituelle, also einen spirituellen inneren Kindkurs. Der ist aber dann trotzdem zutiefst emotional. Wir können das Wasser nicht mit Licht heilen. Ganz einfach. Und das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Weil, was ist denn daran sinnvoll und heilig, zu sagen, Och Gott, ich hole mal das Licht runter, ich weiß, ich klinge jetzt total despektierlich. Das bin ich nicht. Ich arbeite unglaublich tief, schamanisch, lichtvoll, durch alle Ebenen, selbstverständlich. Mir ist keine Ebene zu tief oder zu hoch, um uns die Kräfte da zu rufen, um uns da zu verbinden, wenn es denn dient. Aber hier dient es nicht. Deine emotional verletzten Anteile brauchen dich, den Menschen, deine liebenden Arme, dein schlagendes Herz, deine Stimme, dein tiefes Ich bin da, mein Schatz. Und nicht, ich übergebe es einem Engel. Das ist auch wichtig. Innere Kinder Engeln zu übergeben, ist durchaus was, was ich häufig tue. Aber nicht als Ersatz dafür, dass du es mitfühlend in deine Arme nimmst. Und natürlich ist da genau der Schmerz, denn damit du es mitfühlend nehmen kannst, müssen wir es fühlen. Wir müssen es fühlen. Aber hier auf der Erde geht es eben unter anderem auch um das Fühlen und nicht um das Überwinden von Fühlen. Und nein, da habe ich keine Verhandlungsbasis. Nein. Es geht hier nicht darum, bestimmte Gefühle zu überwinden oder zu transzendieren. Es geht darum, ganz zu werden, heil zu werden. Weißt du, stell dir mal einen Urknall vor, hier in der Mitte. Du kommst auf die Erde, erlebst furchtbare Sachen oder einfach nur den ganz normalen Wahnsinn, weil dich keiner sieht und keiner hört. Und dann zersplittert das alles so nach außen. Dann zersprengst du dich. Du fragmentierst dich in viele, 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 viele Einzelteile. Das ist eine Traumareaktion, das Fragmentieren. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist das Fragmentieren das, womit wir hergekommen sind. Das ist unsere Aufgabe. Trenne dich von dir selbst. Nicht umsonst gibt es in der Wolfsfrau eben das Märchen, die Wolfsfrau, die ihre Knochen zusammensammelt. Ja, trenne dich von dir selbst. Fragmentiere dich und über das Suchen nach dir. Ja, als ob du ein Puzzle wärst, das in alle Einzelteile zersprengt wird. Und du hast aber noch das Bild. Deine Mitte kennt das Bild. Die Blaupause, das Bild von dem Puzzle. Du weißt, was das hinterher mal werden soll. Du weißt es, du kannst es nicht benennen, du kannst es nicht beweisen. Deine Mitte weiß es aber. Es gibt den Plan. Es gibt das Bild auf der Schachtel. Ja, das gibt es. Und du kennst das Bild auf der Schachtel auch. Und unsere Aufgabe ist es, alles, alles, alles zusammenzusuchen. Und beim Zusammensuchen kommen wir in Kontakt damit. Und in Kontakt damit zu kommen, ist der Sinn der Sache. Beim Suchen deiner Kraft, deiner Tatkraft, deines Feuers, wofür brennst du, deines Mutes, in die Welt zu gehen, kommst du in Kontakt mit deiner Angst. Mit deiner Angst, davor gesehen zu werden. Mit deiner, ich nenne es mal bitte bewusst, Feigheit. Mit dem, was dich daran hindert, voll und ganz vollumfänglich mit dem sichtbar zu sein, was du zu tun und zu sagen hast. Hier in der Erde kommst du in Kontakt. Ja, damit versorgst du dich körperlich. Sorgst du gut für dich? Ernährst du dich gut? Was hütest du? Was nährst du? Lässt du dich von der Nachbarin vollquatschen? Ich muss immer die arme Nachbarin bemühen. Lässt du dich von der Nachbarschaft vollquatschen und hütest ihre Geschichten? Oder setzt du dich endlich an deinen Schreibtisch und schreibst dein Buch, was du die ganze Zeit schon voll vorhattest? Oder hast du wieder mal keine Zeit gehabt, weil dich ja die anderen alle so vollquatschen? Ich mache das jetzt total plakativ, aber du übersetzt es natürlich in deine Themen. Was hütest du? Was nährst du? Hütest du wirklich das, was aus der Mitte heraus gehütet werden will? Setzt du wirklich in die Tat um, was aus der Mitte heraus in die Tat umgesetzt werden möchte? Denkst du wirklich die Gedanken der Mitte? Fühlst du wirklich die Gefühle der Mitte? Oder bist du hier zersplittert und abgespalten? Die Gefühle der Mitte sind Frieden, Gelassenheit. Du hast aber hier unten auch Puzzleteile. Die nach außen gesprengt wurden. Und beim Aufsuchen dieser Puzzleteile, die sich übrigens zeigen durch Trigger. Immer dann, wenn du emotional getriggert wirst, kannst du davon ausgehen, oh, oh, dankeschön, ein Puzzleteil meldet sich. Wie so bei Mayong oder sowas, wenn du das online spielst und gehst auf Hilfe, dann klicken plötzlich, dann siehst du plötzlich die passenden Paare. Ein Trigger ist ein Mayong-Stein. Der passende dazu ist das zersplitterte Wasser. Also das versprengte Wasser, das irgendwo, irgendwo ist und zu dir zurückgeholt werden möchte. Der Weg dahin, das ist die Trauma-Arbeit. Und die innere Kindarbeit, das muss ja nicht immer ein Trauma sein. Warum übergehen wir das nicht einfach und schicken hier gleich von da aus einfach Gelassenheit ins Wasser und fertig? Weil das nicht der Sinn der Aufgabe ist. Darum geht es hier einfach nicht. Es geht nicht darum, dass du irgendwann umsingst und als Ergebnis ein Lichtmensch bist, sondern es geht darum, dass du dich hier volle Granate reinstürzt und die Erfahrungen machst, wegen derer du hier bist. Und die Erfahrung ist, such deine Einzelteile zusammen und fühle sie oder erkenne sie oder nähre sie oder bring sie zum Ausdruck. Das ist hier die Erfahrung. Darum geht es hier. Warum? Warum? Auf dem Weg in die Welt, um unsere Puzzlestücke zusammenzusuchen, entwickeln wir alles, weswegen wir uns überhaupt die Mühe gemacht haben, hier runterzukommen. Es geht nicht darum, hier unbeschadet durchzukommen und dabei möglichst gut und heilig auszusehen. Darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, Bewusstsein zu entwickeln. Bewusstsein für das, was es heißt, ein fühlender, tatkräftiger, visionärer, selbstfürsorglicher Mensch zu sein. Darum geht es hier. Hier bezieht sich die Selbstfürsorge auf die körperliche Selbstfürsorge, wie du dich ernährst. Auf die Selbstfürsorge auch im Sinne von, was hütest du, was nährst du. Zum Beispiel eben auch dein inneres Kind. Nochmal, hier geht es nicht darum, engelsgleich durchzuschweben, faltenfrei wieder rauszukommen, unbeschmutzt zu sein und zu bleiben. Darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, rock den Scheiß. Geh rein. Meistere es. Wirf dich rein. Fühle es. Denke es. Scheitere. Steh wieder auf. Machen. Mach die Erfahrungen. Geh voll rein in dieses ganze Menschsein. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, die Seele sagt, wow, da tut es weh. Da mache ich mir die Hände dreckig, was immer das bedeutet. Heißt, ich habe es mit Energien zu tun, die ich vielleicht gar nicht haben will. Ich dümpel mal nur so ein bisschen am Rand rum. Ich kenne ganz viele, die sind nur, das siehst du jetzt hier nicht, nur bis zum Herzen inkarniert und Punkt und weiter unten ist nichts. Heißt nicht, dass man nicht trotzdem Kinder kriegt. Sex hat. Natürlich musst du trotzdem essen. Aber das ist dann alles so im Selbstläufer. Damit du bereit wirst, dich wirklich zu inkarnieren, musst du Ja sagen zu all dem hier. Auch zu dem Fühlen. Und nicht sagen, naja, das Fühlen, das mache ich mal weg mit Licht. Bitte. Nochmal. Ich möchte nicht despektierlich klingen. Ich bin, ich glaube nicht, dass es, dass es viele, viele Techniken gibt, die ich nicht, bla. Wenn du mir bis jetzt zugehört hast, dann vertraust du meiner Expertise. Ganz einfach, ja. Ganz einfach. Glaubst mir halt. Glaubst mir halt. Selbstverständlich gehen wir auf Sirius und holen da die Seelenanteile zurück oder bringen andere Seelenanteile heim. Ich sage immer Sirius, aber egal. Selbstverständlich bringen wir innere Kinder heim zu den Engeln. Aber selbstverständlich hast du innere Kinder, die sind Engel oder Naturwesen oder sie gehören gar nicht zu dir und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist ein weites, weites, weites Feld. Aber die Basis, die Basis für alles ist, dass du sagst, ich sehe dich, ich höre dich. Ich fühle dich. Ich bin da no matter what. Als wäre dein inneres Kind ein krankes Kätzchen. Dem sagst du auch nicht, ich bete mal. Das kannst du machen. Bitte bete für kranke Kätzchen, so viel du willst. Aber bitte versorg auch seine Wunden. Gib ihm was Kuscheliges und fütter es. Das ist gleichzeitig oder sowohl als auch und kein entweder oder. Und du kommst mit dem Beten nicht drumherum, das Kätzchen auch zu versorgen. Sonst gilt es einfach nicht. Thema verfehlt, ihr Lieben. Wenn du versuchst mit Lichtarbeit die emotionalen Wunden des inneren Kindes zu heilen, hast du das Thema verfehlt. Und ja, vielleicht ärgerst du dich jetzt. Und ja, vielleicht bist du wütend. Ich meine es trotzdem so. Thema verfehlt insofern, als dass da eine Ausweichbewegung stattgefunden hat. Ein Schlenker. Ein Bypass. Das kann ich nicht so stehen lassen. Ich muss das laut und deutlich sagen, weil mir das unermesslich am Herzen liegt. Unermesslich. Die größte Mühe, die du dir machen kannst, hier unten auf der Erde ist, zu fühlen, was du wirklich fühlst. Und dich damit nicht mehr abzuspalten. Dich nicht auf höhere Ebenen zurückzuziehen. Sondern genau da, in dem emotionalen Schlamm, wo das innere Kind wühlt, sitzen zu bleiben. Ein trockenes Handtuch mitzubringen und zu sagen, so und jetzt bin ich da. Und dann gehen wir raus. Aber wir bleiben nicht am Rand stehen und rufen, komm Schatz, komm Schatz. Nein, wir machen uns die Hände und die Füße dreckig und wir tauchen auch runter zur Not. Und wir kämpfen auch mit den Ungeheuern dort. Und, 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 und. Wir machen uns die Mühe. Wir machen uns die Mühe, zu fühlen, was wir fühlen. Du merkst, was das mit mir macht. Du merkst meine Dringlichkeit. Du merkst, wie ich manchmal am liebsten Leute schütteln würde, die sagen, ja, dann musst du noch ein bisschen lichtvoller sein, wo ich denke, verdammt noch mal. Das ist ein Missbrauch und eine Unverschämtheit. Und ein absolutes im Stich lassen. Der Anteile in uns, die nur darauf warten, dass du sagst, ich ziehe mir die Gummistiefel an oder noch nicht mal das. Und ich tauche meine Hände in dein Blut und rette dich. Und es ist mir jetzt egal, wie das klingt. So fühlt sich das an. Und wenn wir das nicht machen, lassen wir uns im Stich. Und dann müssen wir noch eine Runde drehen. Ich sag's euch. Es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Ich hab Menschen dran sterben sehen. Zu vermeiden. Sich zu fühlen. Sich immer mehr noch ins Licht zurückzuziehen. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und noch mehr. Im tiefen Glauben. Sie wären noch nicht lichtvoll genug. Nein. Sie war nicht menschlich genug. Nicht bereit genug, sich selbst wirklich zu fühlen. Und sich dabei Hilfe zu suchen. Natürlich suchst du dir Hilfe. Wenn du runtergehst in den Schlamm, wo dein inneres Kind sich in Einsamkeit, in Verlassenheit, in diesen ganzen emotionalen Themen verloren hat, dann brauchst du jemanden, der am Rand steht und sagt, entweder ich weiß, wie es geht, ich gehe mit dir rein. Oder der dir die Rettungsleine hält. Natürlich brauchst du jemanden. Am besten jemanden, der wirklich ausgerüstet ist und der weiß, wie das geht. Du musst es nicht alleine machen. Bitte mach es auch nicht alleine. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, das alleine zu machen. Warum nicht? Weil du nie weißt, ob du nicht doch genau an der Stelle, wo das Trauma dann sitzt oder wo es richtig wehtut, greifst. Denn wir haben auch einen Vermeidungsmechanismus und dieser Vermeidungsmechanismus sorgt dafür, dass wir da, wo es richtig wehtut, nicht mehr hingehen. Wir müssen aber da hingehen, wo es richtig wehtut, weil wir da unsere kostbarsten Einzelteile haben. Es ist so, als hätte unsere Seele gesagt, und das, was am kostbarsten ist, das vergraben wir mal am tiefsten. Warum? Weil wir auf dem Weg der Heilung, der Befreiung all das entwickeln. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es auch von mir aus noch millionenmal ist mir egal. Weil wir all das entwickeln, wozu wir überhaupt auf die Erde gekommen sind. Tiefe, tiefe Liebe zu uns selbst in Aktion. Am Ende ist das Leben hier auf der Erde nichts als eine einzige Selbstliebe Übung. Ein einziges Praktizieren von Selbstliebe. Nämlich das Selbst, das sich in alle möglichen Teile zersprengt hat, das Puzzle wieder zusammenzusetzen. Dazu braucht es die tiefe Bereitschaft, egal was es uns kostet, egal wie lange es dauert. Nicht aufzugeben, bis wir spüren, jetzt ist es komplett. Woher wissen wir das? Wir wissen es. Wir spüren, wenn Puzzleteile fehlen. Wir wissen das. Wir haben das Bild als Blueprint, als Blaupause, als Stempel, als Programmierung. Wir wissen, wie das Bild auszusehen hat. Jetzt sag nicht, wie sieht denn das Bild aus? Ich kriege da jetzt kein visuelles Bild dafür. Das meine ich damit nicht. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir ganz sind. Wir wissen es. Unsere Anteile rufen und schreien. Und wenn du dann den Anteilen einen Engel schickst, dann ist es immerhin schon mal besser als nichts. Auf jeden Fall ist es immerhin schon mal besser als nichts. Du hast wahrgenommen, da ist was. Ich schicke da mal einen Engel hin, aber du wirst dir die Mühe machen müssen, selbst hinzugehen. Du wirst dir die Mühe machen müssen, selbst hinzugehen, uns zu fühlen. Und ich weiß doch, wie es da wehtut. Ich könnte weinen. Wisst ihr was? Ich weine tatsächlich manchmal über die unermessliche Zumutung, die wir selbst uns als Menschen, indem wir auf die Erde gekommen sind als Menschen, auferlegt haben. Es ist nichts als eine Zumutung, unsere emotional verletzten inneren Kinder zu uns zurückzuholen. Es ist absolut unermesslich, drüber. Und wir kommen nicht drumrum. Ich weine wirklich manchmal, jetzt auch, über das Wissen, das Fühlen dessen, was wir alles zu fühlen haben, was wir alles zu tun haben. Wie als ob du misshandelte Tiere aus Käfigen befreist. Wir kommen aber nicht drumrum. Du kannst dich nicht neben den Käfig der misshandelten Tiere setzen und beten. Das kannst du machen. Du kannst denen auch sagen, ich sehe euch. Aber wenn du nicht die Käfigtür aufmachst, sie befreist, sie in ihrem Knurren, in ihrem Beißen, in ihrer Not, in ihrem Winseln erträgst, sie zum Tierarzt bringst, sie versorgst, sie hütest, sie pflegst, sie nährst, dann hast du den Job nicht zu Ende gemacht. Und du musst es doch nicht alleine machen, darum geht es ja gar nicht. Aber ihr spürt die Dringlichkeit und die Dringlichkeit habe ich deshalb, weil ich doch weiß, dass Menschsein die größte Herausforderung ist, die du in diesem Universum überhaupt nur haben kannst. Es gibt manche, die sagen, das ist der Kindergartenplanet, der Übungsplanet. Ich denke, Leute, ihr spinnt. Du kannst dich anders sagen. Ihr habt doch keine Ahnung. Ihr habt schon Ahnung, aber ihr wirklich, wow. Das hier ist, das sind nur ganz wenige, die das tun. Ja, es gibt furchtbar viele Leute. Aber sich wirklich hinzustellen und zu sagen, okay, ich gehe mal in alles. Ich gehe mal in alles. Ich bleibe mal präsent. Und das ist unsere Aufgabe. Egal, wo wir sind, präsent zu bleiben. Schau, unsere Aufgabe ist es schon, das Licht überall reinzubringen. Natürlich. Aber nicht, indem wir hier in der Mitte sitzen, bleiben und sagen, ich schicke mal Licht hin. Sondern indem wir sagen, ich bin das Licht. Ich bin der Engel. Ich bin das Lichtwesen. Was sollst denn du sonst sein? Und genau mit dem Bewusstsein gehe ich jetzt da überall rein. Heißt aber, ich gehe rein. Ich fühle es auch. Ich mache es auch. Ich kommuniziere es auch. Ich setze es auch hier. Oder ich hüte und nähere es und setze meine Ressourcen dafür ein. Ich verkörpere es auch, ist hier der Satz. Ich verkörpere es. Ich möchte euch nochmal versuchen, den Unterschied klarzumachen zwischen, ich nutze Lichtarbeit für die innere Kindarbeit und ich arbeite emotional. Die Lichtarbeit ist ein wichtiger Aspekt der inneren Kindarbeit. Ich habe zum Beispiel häufig innere Kinder, die sagen, ich finde es hier so furchtbar, ich will hier gar nicht mehr sein. Hier auf der Erde. Ich will einfach gar nicht. Die bringe ich dann schon ins Licht. Aber nicht, bevor wir sie nicht dem Menschen, zu dem sie gehören, in die Arme gelegt haben und dem Menschen, zu dem sie gehören. Also diese Beziehung zwischen dem, zwischen Ich habe eine Schere im Kopf. Ich höre die Aufschreie. Ich lasse jetzt mal die Schere weg. Du kannst machen, was du willst, aber es muss immer über dich, den Menschen, der du bist, laufen. Kein Bypass. Ich habe schon in Sitzungen gehabt, dass die inneren Kinder so unheilbar krank waren, dass die Heilung wirklich war, wir bringen sie zurück ins Licht. Aber du als der Mensch, der du bist, und du mein Klient bist, dann sage ich dir, nimm das Kind in den Arm, halte es, hüte es, fühle es, gib ihm deine Liebe, halte es, fühle es, spüre dieses Kind und dann bring was ins Licht. All die Verletzungen ergeben doch überhaupt keinen Sinn, wenn wir sie nicht spüren. Es geht doch ums Spüren. Warum geht es ums Spüren? Oder was ist der Sinn des Spürens? Bewusstsein zu entwickeln, egal wie es sich anfühlt. Ich bleibe hier sitzen, ich bin da. Als das lichtvolle Wesen, das ich bin, als das liebende Wesen der Mitte, das ich bin, bleibe ich in Kontakt mit dem Menschen, der ich bin, egal was passiert. Das ist die Aufgabe. Egal was passiert, ich bin an meiner Seite bei vollem Bewusstsein, volles Bewusstsein, soweit man halt in seinem vollen Bewusstsein, das weißt du ja nie, soweit ich mir halt jetzt meiner selbst bewusst bin. Ich bin sicher, das sind 5% von dem, was da noch alles möglich ist, aber für heute ist es jetzt halt mal so. In vollem Bewusstsein dessen, wer ich bin und was ich bin, sitze ich hier und fühle dich, also mich, mein inneres Kind, und halte dich. Und immer dann, wenn du zu dir selber sagst, es ist nur mein Ego, schickst du Anteile von dir zurück auf die Strafbank. Die wollen aber alle mitspielen. Es ist, als ob du einen Puzzlestein siehst und sagst, oh, das gehört schon zu mir, aber das bin nicht ich. Es gibt Puzzlesteine, die tun so, als gehören sie so zu dir und sind nicht du. Das ist aber nicht das, was üblicherweise mit dem Ego bezeichnet wird. Das sind dann irgendwelche angeklebten Anteile oder ersetzte Anteile. Die sehen dann aus wie deine, du spürst aber, nein, 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 das bin ich nicht. Da musst du dann die Schicht abziehen und sehen, guck mal, in Wirklichkeit sieht es so oder so aus. Es ist äußerst, äußerst, äußerst komplex, das Leben auf der Erde. Unser Bewusstseinsweg ist äußerst komplex. Ich liebe das Medizinrad, weil das wenigstens so ein bisschen irgendeine Art von Struktur suggeriert. Nein, ja, auch fühlbar macht. Letzten Endes sind es am Ende auch alles wieder nur Gehirnteile. Wenn dir jemand weismachen möchte, du musst nicht fühlen, du musst nur noch mehr beten oder du bist noch nicht gut genug, weil du bestimmte Gefühle hast, dann hat der seinen Job verfehlt. Ich sage dir, es ist mir jetzt egal, wie das klingt und ich werde alle unhöflichen Kommentare löschen. Mitgefühl ist die Antwort auf die emotionalen Traumen deines inneren Kindes und natürlich noch mehr. Mitgefühl ist das, was du entwickeln sollst, willst, darfst, aber tatkräftiges Mitgefühl, nicht nur Mitgefühl, sondern und jetzt rette ich dich und jetzt bin ich da. Das innere Kind hier unten braucht hier das volle Programm, braucht eine tatkräftige Handlung, ich rette dich, braucht eine klare Kommunikation, sowas werde ich nie wieder erlauben, bei mir bist du sicher, ich beschütze dich und braucht den Innenraum, ich bringe dich jetzt nach innen in den sicheren Raum und da gehörst du auch hin. Ich mache das mit dir, ich weiß, wie das geht. Warum weiß ich, wie es geht? Weil es mir unermesslich wichtig ist und weil ich hier angetreten bin, in dem vollen Engelbewusstsein, hier auf die Erde zu kommen und wirklich zu fühlen, ist eine Zumutung, das können die sich da oben überhaupt nicht vorstellen. Ich werde manchmal sogar wüten darüber, wie brutal diese Zumutung hier unten ist. also ich bin in tiefstem Mitgefühl mit der Menschheit über das, was wir hier fühlen müssen. Deshalb kann ich es nicht durchgehen lassen, dem inneren Kind eine Lichtbotschaft zu geben, anstatt eine Flasche. Ich kann es nicht durchgehen lassen. Okay. Also, wenn dein Gefühl, da fehlt noch was, das reicht noch nicht, wenn du dieses Gefühl hast, dann möchte ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch, das stimmt. Und nochmal jetzt zum letzten Mal, das Übergeordnete ist, dass wir lernen, also dass wir entwickeln, egal was passiert, egal wie es sich anfühlt, wir bleiben bei uns und gehen hin. Egal wo diese Puzzlestücke vergraben sind, wir gehen hin und holen sie. Und auf dem Weg des Dahingehens lernen wir, alles zu entwickeln, was wir in Wahrheit sind, mit all unseren Kräften präsent zu sein, weil die genau da gebraucht werden. Oh Gott, wie ich hoffe, ich habe mich verständlich gemacht. Oh Gott, wie ich hoffe, du hast mein emotionales Radebrechen irgendwie verstanden. es irgendwie, oh Gott, wie ich das hoffe, mehr habe ich nicht. Ich kann es nicht noch klarer und noch besser sagen. Ich kann mich nur immer wiederholen. Egal was passiert, ich bin immer bei mir. Aurea Mountain Dreamer, kannst du im Feuer stehen bleiben. kannst du im Feuer stehen bleiben oder spaltest du dich ab, flüchtest dich nach oben und bist nicht mehr bereit, dich zu fühlen, was mehr als verständlich ist, aber es ist eben eine Traumareaktion. Es ist keine, es ist keine, du bist halt doch nicht gut genug, wenn du nicht genug Licht geschickt hast und immer noch Wut fühlst. Wow, 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 wow. Nein, der wütende, einsame, verletzte, ängstliche, sonst was Anteil in mir gehört genauso zu mir, genauso. Ja, wie die hochheiligsten Lichtebenen. Ich lasse mich damit selbst aber nicht im Stich, sondern ich gehe hin und sage, wow, was ist denn los, mein Schatz, was brauchen wir denn? Was haben wir denn nicht gesehen? Wo ist denn eine Grenze überschritten? Wut ist immer eine Grenze überschritten. Wo ist denn eine Grenze überschritten? Wo habe ich denn nicht auf dich geachtet? Wo habe ich denn nicht für dich gesorgt? Und dann geht die Wut natürlich weg, weil es keinen Grund mehr gibt für Wut. Logisch, ja? Also wenn wir jetzt im inneren Kind zum Beispiel sind oder für Schmerz oder für Trauer oder für dies oder für jenes. Scham, großes Thema. Natürlich geht es dann weg, weil es dann keinen Grund mehr gibt, aber es geht nicht weg, weil wir Licht reingeschickt haben, sondern es geht weg, weil wir die Ursache dafür beseitigt haben. Und es ist zum Glück niemals zu spät für Heilung, nie. Weil das ja im Gehirn gespeichert ist und die äußeren Ereignisse, egal wie lang wir her sind, sind ja abgespeichert als Information. Und diese Information kannst du jederzeit ändern. die ist keiner Zeitlinie unterworfen. Es ist so, als hättest du vor 30 Jahren mal was auf eine Kassette aufgenommen. Das kannst du natürlich auch heute noch löschen mit dem Kassettenrekorder oder überspielen oder so. Du weißt, was ich meine. Es ist egal, wie alt es ist. Stell dir vor, das bleibt frisch und aktiv und vor allem und vor allem es wird ja immer wieder neu drauf gespielt oder immer wieder bestätigt, immer wieder bestätigt durch das, wie du im Außen bist. Ja, wenn du als Kind die Erfahrung gemacht hast, mich hört und sieht sowieso nie einer, dann läufst du auch als Erwachsener so durch die Welt und suchst dir überall deine Bestätigungen dafür, dass es wieder so ist. Siehst du schon wieder? Ich wusste es doch. Naja, dann bleibt die Aufnahmen frisch. Wie von vor 10 Minuten. Das ist eine gute Nachricht. Du kannst sie nämlich jederzeit auch löschen oder überschreiben. Jederzeit. Ich weiß, wie das geht. Ich habe tausend Videos dazu gemacht. Die findest du da alle. Ich habe furchtbar viele Bücher zugeschrieben. Jetzt biete ich euch nochmal hier. Ah ja, doch, doch. Ja. Glück und Liebe für dein inneres Kind. Das hier ist ein, ich habe vorhin das Mayong-Spiel. Das ist die Hilfe. Du hast im Außen einen Trigger. Irgendwas. Und du weißt, ah, gibt es ein emotionales Puzzleteil dafür, das einen Anteil von mir beschreibt, den ich zurückholen darf. Warum? Damit ich auf dem Weg des Zurückholens Bewusstsein und Mitgefühl entwickle. Und dann ziehst du da einfach eine Karte, fängst, brauchst gar nicht lang drüber nachzudenken, zieh einfach eine Karte. Ah, was ist denn das? Worum geht es denn? Was ist denn das Puzzle? Ah, dein inneres Kind will sich laut und ungeniert austoben. Alles klar. Manchmal muss die höflich zurückgehaltene Energie einfach raus und das ist genau jetzt. Hier hinten schreibe ich dir dann natürlich auf, wie das geht. Wegweiser, Hinweisschilder. Das ist das emotionale Ding, um das es geht. Verlinke ich dir. Ich liebe die Menschheit. Sie macht mich wahnsinnig. Ich könnte sie an die Wand klatschen. Ich denke manchmal, wenn wir aussterben, haben wir es nicht anders verdient, ja? Und gleichzeitig liebe ich das Ringen der Menschheit um sich selbst. Und wenn ich was beitragen kann, um es irgendwie leichter zu machen, dann tue ich das, was ich ja wirklich auch versuche, auch jetzt mit diesem Video und so weiter. Und dazu gehört natürlich auch der Mensch, der ich bin und du. Ich liebe dich als der Mensch, der du auf Erden bist, der als Seele hergekommen ist, um Bewusstsein zu entwickeln auf diese ganz hohe und gleichzeitig tief menschliche mitfühlende Weise. Du hast mein tiefstes Mitgefühl für deinen Weg. Du hast mein tiefstes Mitgefühl, egal wie der aussieht. Du hast mein tiefstes, tiefstes Mitgefühl. Respekt vor deinem Mut auf die Erde zu kommen. Respekt. Wenn du schon da bist, dann mach dich jetzt auf die Suche nach dir. Bleib nicht im Trockenen. Komm runter. Hier spielt die Musik. Dafür kriegst du ja auch die Kraft und den Rock'n'Roll. Und den Sex und die Schokolade. Und den Kaffee, by the way. Das Reiten oder was auch immer deins ist. Wenn ich auf meinem Pferd durch den Wald schlendere, dann weiß ich, warum ich mir die Mühe gemacht habe. Ich hoffe, euch gedient zu haben. Ja, dir. Aus tiefstem Herzen. Es ist hier so unendlich schwer. Der Weg hier ist so tief, so, so, so tief, dass wir alles, 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 alles in uns entwickeln müssen. wenn wir ihn gehen wollen. Und darum geht es hier auch. Deshalb ist der Weg so. Weil wir unsere Kräfte nur zur Entfaltung bringen, wenn wir sie brauchen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Werkzeugkiste. Du hast eine tolle Werkzeugkiste, aber der Hammer, solange er unbenutzt ist es einfach nur ein Stück Metall mit einem Griff. Noch kein Hammer. Ein Hammer wird ein Hammer, nachdem ihr den ersten Nagel eingekloppt habt. Dann ist es ein Hammer. Vorher ist es nur ein potenzieller Hammer. und deine potenziellen Fähigkeiten und Kräfte wollen entfaltet werden, aktiviert werden, aus dem Potenzial ins Leben. Und das geht nur, wenn du dich auf den Weg machst, dich selbst zu suchen. Und das geht nur, wenn du den Gefühlen folgst. Wir müssen fühlen, was wir fühlen, weil wir sonst unser inneres Kind nicht hören. Die Puzzlestücke unseres inneren Kindes rufen uns über Gefühle. Und wenn wir unsere Gefühle mit Licht wegmachen, finden wir unsere inneren Kinder nicht so einfach, ist es. Deine Gefühle sind wie die Leuchtbojen, heißt es so, wie die Leuchtraketen, die das innere Kind nach oben schießt und sagt, guck mal, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hol mich. Ja, ich denke, wir haben es verstanden. In Verneigung, in Mitgefühl, in Liebe für deinen Weg, wenn ich was für dich tun kann, lass es mich für dich tun, such dir bitte Hilfe und lass dich nicht abspeisen. Lass dich nicht abspeisen. Das ist billig und blöd, die emotionalen Rufe des inneren Kindes abzutun und dir zu sagen, ja, da musst du halt noch ein bisschen lichtvoller werden. Wow! Nein, du musst ein bisschen menschlicher werden, bitte. Bisschen menschlicher, bitte. Ach, ihr Lieben, in tiefster Liebe und Verbundenheit mit euch. Lassen wir es hier mal so stehen. Danke von ganzem, ganzem Herzen für deine unendlich kostbare Lebenszeit, die du gerade mit mir verbracht hast. Ich weiß es sehr zu schätzen. Du weißt, dass es stimmt. Ciao, ihr Lieben. Ich weiß es sehr